So, jetzt geht's weiter. Gut. Mal sehen, was er mir anzeigt. So. Wir werden hier gleich wieder mit dem Gegner kommen. Jo, 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 jetzt versuchen wir mal wieder ein bisschen, das alles aufzukennen, indem ich ein bisschen mehr rede. Ja, ging gerade etwas, ja, nicht so toll, glaube ich. So, den besiegen wir auch nochmal schnell. So, mal sehen, was sagen wir noch. Ich schätze mal, ich hab da schon einen Walkthrough, oder was ich was gesagt habe, aber lest mal die Bücher von Star Wars für Old Republic, da gibt es jetzt von Skierpads. Ja, einmal Revan, sehr, sehr zu empfehlen. Ähm, dann gibt es noch Betrogen, auch gut. Und, ja. Nehmen wir uns mal den vor. Und dann Unheilvolle Allianz, das hab ich noch nicht gelesen. Und, ja, noch, ähm, Vernichtung. So. Ähm, mein Bruder und ich, beziehungsweise, ich besitze einfach, wir besitzen alle Bü- äh, Bücher. Und schon. Ähm, vielleicht können wir euch nochmal zeigen, äh, was über PCS, also Public Test Server, also, äh, hier, öffentliche Test Server, äh, wie das so mit dem, äh. Ja, Level 55 funktioniert. Oh Mann. So. Was können wir noch sagen? Ich würde sagen, ja, ähm. Guckt euch auch mal den Kanal von meinem Bruder an. Serious, Gryffindor LP, er macht den Hexer. Wenn ihr euch dafür interessiert. Und, ja, auch ein ganz guter Kanal, würde ich sagen. So, den besiegen wir jetzt auch nochmal. Ich nehme mal die Kran hier, damit die noch eben noch echte Schaden machen. Ich wünsche, dass ihr einfach auf dieses Schiffes kommen würdet. Vor allem Sanitäter. So. Bam. Weg mit dir. Gut. Jetzt hat er hier keine Unterstützung mehr. Wollen wir mal für das hier. Dann nehmen wir nochmal schnell eine Stimme hier. Wenn da so ein gutes Ding da auf dem Boden ist, so eine, äh, Anzeichnung, sag ich jetzt mal schnell, ähm, dann geht sofort da raus. Ich bin, wenn wir uns idag, so eine Schnelle auf dem Wasser funktionieren. So. 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 Jo 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 Jo. So. So. Ähm wo ist er dann? Da. Eigentlich mach ich Schaden. Ne das war kein Fail. So. Jetzt ziehen wir nochmal schnell die Sache hier an. So gut. Okay dann muss ich wohl tappen. Bei einer Seite das hier ein. Ja. So ich würde sagen ab dem nächsten Part machen wir dann wieder. Äh Story. So. Bonus Mission. Ja machen wir. So. 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 Hinten schmeißen. Stromschlag Machtblitz Und die Gegner sind weg Ach schon Ähm, musste ich eigentlich als Attentäter tanken? So Unsichtbar machen Bisschen aus dem Weg Eigentlich müsste man die Sanitäter immer zuerst besiegen, weil die heilen sich, beziehungsweise die anderen Und dann ist das halt ein sehr großer Nachteil So, den da hinten besiegen wir auch noch Ups Ähm, sagen wir mal so Schreibt ihr es in die Kommentare, ob ich tanken soll Oder lieber Ähm, ja Schaden machen soll Also DD So Jetzt gehen wir mal wieder hinter den Zack Und dann muss der auch schon weg sein Den hinten auch noch Und dann ... ... ... ... ... ... So, wo ist jetzt die Konsole? Da. Macht er schon. Derzeit zeigen wir ein paar Zeichen der Kraft. So. So. Wenn ihr wollt, könnte ich euch jetzt zeigen, wie mein Antentäter auf Level 55 sein wird. Auch das könnt ihr in die Kommentare schreiben. So. Gut, kurz warten. Muss mal hin. Hier lang. So. Unsichtbar machen. So. 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 Also wenn sie, da steht sie lohnt Fokus, dann heißt es auf jeden Fall, ähm, ja, dass man wegrennen soll von ihr, weil sie sonst eine Attacke macht, die richtig, ja, gefährlich ist. Natürlich immer, man kann dann schnell sterben. So. Ihr werdet nicht gewinnen, das schwöre ich euch. Oh, genau das meinte ich. Ihr werdet nicht gewinnen, das schwöre ich euch. Oh, was da? Oh, was da? Boah, ne Mann! Jetzt r- Äh, ich hoffe, so, jetzt besiegen wir den hier nochmal schnell. Vorhin ist er wieder abgespürt. Ich werde jetzt mal gucken, dass wir den hier jetzt noch so schnell besiegen. So. Zack. Bam. So, jetzt nochmal. Ähm, hat jemand von euch die Revan-Master? Weil, äh, ich bis zu Hause mein Bruder will darauf bieten, so, äh, circa, keine Ahnung, 800.000. Ich frage mich auch, wie sowas schon die Mühe kosten kann. Aber ist aber auch gegen ein bisschen überlegt, sagen. Oder, ja, schreib mir dann ein Angebot für... her an und ziehen also im Schaf aber dann diese Jahrzehnte er geht oder einfach mal ich will mir meine Story mit meinem Video machen so, komm schon 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 Boah, ne. Da oben. Ne, diese... Oder, ich guck nochmal schnell. Willenskraft. Boah, ne, den brauch ich da nicht. So. Okay, ich entschuldige mich jetzt dafür, dass da ein paar viele Disconnectes waren. Ja, hat mich persönlich auch ein bisschen gestört. So, eigentlich müssten wir jetzt ein bisschen was sind gleich zu diesem Dingserbums. Admiral, beziehungsweise Captain, was weiß ich was das war. Ähm, ja, dann könnte man den gleich töten. Werden wir auch. So, hier lang. Backboard, Hunger. Backboard, Hunger. So. So, ich will nämlich nicht nach Korriban. Hier, Protokolleinheit NR02. Wenn Sie diese Nachricht empfangen, rate ich Ihnen, dringlich so schnell wie möglich zur Brennthalsda zurückzukehren. Ja, werden wir auch. Stimmt etwas nicht? Es gab einen Unfall auf der Brücke. Ihre Taktiken haben für so einige... Idioten! Die werden noch alle getötet! Wer hat uns Idiot genannt? So, dann geht's hier lang. Ähm, ich sag euch jetzt schon mal, es kann sein, dass ich, äh, das hier auch ein paar Mal wiederhole, nur ohne das halt immer zu zeigen, wenn einfach mal in ein paar Mal wieder ein Level höher bin und so. Oder PvP mache. Ja, ich sag euch mal, es kann sein, dass ich hier auch ein paar Mal wiederhole. So geht es Hier lang Hier hin Dann kommt der Und dann drücken wir nochmal schnell drauf Hier müssen wir gleich interagieren Dann können wir entscheiden ob wir zur Flotte zurückkehren oder nach Drum und Chaos Ich entschuldige mich für den Zustand der Brücke Ja ja mach schon Du sagst mir besser was hier passiert Manche der Crew So Hättest du sie nicht auffalten können? Da die Crew nun tot ist Gibt es sonst nicht mehr viel zu erledigen So dann geht es mal ganz weiter Beziehungsweise Leider war es ja nicht Aber gut Das war Diese vielen Republikaner getötet haben So dann können wir das nochmal schnell ändern Der Terras App Komm schon So hintergang Gehen wir nochmal schnell Das wird aber wohl ein richtig langer Part gewesen sein Weil das müsste jetzt ungefähr so 25 Minuten gedauert haben Dieser Part hier Ich mache auch gleich auf Also ich gehe gleich auf So dann Komm mal die Nase Nur kurz Nase geputzt Und dann geht man auch schon gleich weiter Bzw. wir nehmen schnell die PS an Und dann Ja Eigentlich nur Das was man dann halt sagt Ja ja Gut Annehmen So Na wir sagen Kommentiert, abonniert Ja schreibt mir Wie ihr es fandet Ne So